Ich habe es nicht gesehen, aber wir können gerne eine Bombe schmeißen. Haben wir schon, ja, haben wir schon, haben wir schon. Ich erinnere mich gerade, so dunkel daran. So unerreichbar! So unerreichbar! So, okay. Wir sehen hier eine Spalte. Aber wie kommt man zur Hölle dahin? Ich habe doch hier vorher eine Röhre gesehen, oder? Ich habe doch da nicht mehr... Da! Sehe ich da oben, die Röhre? Mehr als strange. Life is strange, ne? Hä? Oder war... Nein! Der andere Raum, ja, wird es auch der andere Raum sein. Die Frage ist aber... Wie komme ich da rein? You know? Ich bin ja hier komplett durchgefallen. So, das war offenbar auch nichts. Das kann ja nur jetzt dann der Raum mit einer Tür sein. Das können mich. Ich bin ja hier nicht. Wo? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielleicht gibt's ja hier ein Item versteckt oder so Oh, Space Pirat! What the fuck? Ein Immortal Space Pirat! Ah, nein! Kann das sein, dass der Immortal gegen den Ice Beam ist? Nee! Ein Immortal! Immortal Ding! Oh, Iowa! Sag mal! Sag mal! Ist der Immortal oder was ist mit dem los? Was? Wieso kann ich den nicht besiegen? Kann ich vielleicht den... Nee, kann ich auch nicht! Ich komm hier nicht mehr raus! Ich komm hier nicht mehr raus! Help! 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 Hilfe! Ich komm hier nicht mehr raus! Nicht ernsthaft jetzt! Oh! Alter! Geheimweg! Immortal Space Pirat! Alter, da sind ja noch mehr! Ich will aber nicht sterben! Ach, fuck, ey! Von hinten ist Super Missile! Die drehen sich aber sofort um! Den kann man keine Super Missile reindrücken! Wie gemein! Alter! Und die haben auch Piercing Schüsse! Wie gemein! Ich dachte, ich bin der coolste Stecher damit! Boah, jetzt haben wir nur noch... Wir haben nur 400... Da schau! Die drehen sich eh! Die Penner! Ja toll! Wegen dir habe ich jetzt Leben verloren! So! Äh! 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 Oha! Killerschildkröten! Oho! 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 Und woher geht es los! Oho! 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 mich doch. Funktioniert gar nicht. So. Haben die bestimmt gepatcht. Geht nur. Jaaaay. Super. Ah. Lol. Ach, da oben ist ein Energy Tank. Alter! Nicht ernsthaft! Das hier ist jetzt. Kommt zu Papa! Was? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha So So Gut, hat sich erstmal das mit Energie erledigt Gut, dass wir da hingekommen sind Ich frage mich, wie der reguläre Weg dazwischen ist Ey, so weit sind wir erst Oh, meine Fresse, wir spielen schon wieder eine halbe Stunde Okay, aber wir haben echt 20 Minuten damit verbracht Nur von links nach rechts zu laufen Fuck you, bitches Fuck you, fuck you, bitches Fuck you, fuck you, bitches Fuck you, fuck you, spitze Was, spitze, was? Spitze, stilfte Nein, da fallen wir nur runter und kommen nicht zurück Deswegen Jo, mach ich Mach ich Ja, ich glaub dir Wenn du das sagst, dann ist da bestimmt was dran Irgendwie müssen ja die Speedrunner cheaten Ja, also Die können ja nicht nach den Energy Tanks suchen Also Oha Kann man da rein? Nein, kann man nicht Jetzt dachte ich schon, hier geht es irgendwie rein Oder sich so komisch bewegt hat Ah, shit Das sind die Blase, die explodiert Das heißt, du bist nicht Nein, wir haben keine Supermissiles mehr Die haben alle verschwendet Nicht mit dem Fingerzeig Nein Boah Ja, okay Dann machen wir mal Grappling Hook Action Okay Da oben geht es weiter Oh, darum geht es nicht zwangsläufig weiter Also wir hätten das Ding da oben auch verpassen können Alter Nice nach oben Jump Ich rieche doch ein Secret Gefunden das Secret Okay, ansonsten Oh Ein Laderaum Supermissiles Das können wir hier aufladen Das machen wir auf jeden Fall Können die Supermissiles bestimmt noch gebrauchen Warte, wie viele Energiecontainer haben wir jetzt schon? Sehr viele, oder? Sehr viele Container So So 4 2 4 6 7 8 9 Energiecontainer Energiecontainer 9 mal 999 Nein, das ist falsch Wir haben 999 Energie Nein, das ist auch falsch Wir haben 1200 Nein 1000 Jetzt lass mich lügen 1399 1399 So Ey, die So Einfacher geht's Hauptsalaus Man verschießt natürlich Aber man kriegt immer zwei Raketen Ich würde mir jetzt so schnell Kann ich nicht schießen Die brauchen zwei Schüsse zu sterben So Jetzt sind wir voll 120 25 20 Oh Das wär jetzt verlockend Das einfach jetzt zu machen Ähm Das wär verlockend Machen wir aber nicht Das machen wir nicht Das wär jetzt halt verlockend Da jetzt halt den Gang zu gehen Das Problem ist aber Dann kommen wir nicht mehr zurück Wir müssen den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen Pff Genau Ähm Ähm Äh Ja Aber es ist keine falsche Entscheidung Bei Jova, oder? Also eigentlich Da haben wir ja noch nichts verloren Ja Da haben wir ja noch nichts verloren Nicht, dass ich wüsste, ne Noch Da haben wir da gar nichts verloren So Ich nehme dein Schweigen als Ja Aber wir können nochmal kurz warten Ja Okay Gott Nein Nein Kein Problem Da ist er skillig unterwegs Aber Too lame Okay Da komme ich später hin Alles klar Abgestellte bekommen Fetter Zocker Macht alles richtig Skillig unterwegs Mit Wissen Das er gar nicht weiß Kann ich mich da eigentlich hochcheaten? Nein Fetter Zocker Muss den fucking nochmal Wieso? Oh Mann Ich hasse scheiß Unterwasserlevel Und dann sind die Meistens Die scheiß Unterwasserlevel Nicht nur Dass die fucking unter Wasser sind Nein Die sind auch noch schwer Kein Wunder Dass die so einen schlechten Ruf haben Liebe Entwickler Macht die scheiß Unterwasserlevel Doch fucking nochmal einfacher Und alle werden sie lieben Aber so nicht Zehn Minuten lang Sehen sie nun Einen Bildschirmschoner Vom fetten Zocker Produziert Nicht absichtlich produziert Sondern einfach nur Für den Bildschirmschoner Der Bayou war Er kann sich den scheiß Schon gar nicht mehr anschauen Hat Kring gesagt Okay bye Äh Den scheiß Schaut er sich jetzt nicht mehr Mit mir an Nein Kein Wunder Dass die scheiß Unterwasserlevel So einen fucking Kackruf haben So Also Ja Gott sei Dank Hab ich schon Dark Souls gespielt Ich weiß Verzweifelte Situationen Äh Sind ab und an Mal nicht zu meistern Und ich laske mich aus Benutzt doch die verdammte R-Taste Du Spast Okay Dein Pad besteht mehr als aus Zwei Tasten plus Richtungstasten Wenn du vorbeischießt Dann benutzt doch die R-Taste Wenn du die R-Taste benutzt Dann Oh Dann Triffst du vielleicht Trotzdem Aber wenn du an den Block spiel hängst Kannst du die verdammte R-Taste auch loslassen Frühzeitiges Loslassen Produziert nichts als Traurigkeit Oh Fette Du Spast Singen kannst du auch nicht Und die verdammte R-Taste drücken Ich bin froh Dass ich niemanden hier aufwecken kann Also wenn ich jetzt Dass hier jemanden aufwecken könnte Dann hätte ich ihn spätestens Jetzt schon geweckt Mindestens 100 Mal Ich werde gleich rastisch aus Schmosser und Gämpfet Können wir durch den fucking Raum So Häuhh Schmosser und Gämpfet